Nein, nein, nein! Diese Hütte hier ist zu eng. Mein richtiger Pissbott. Diese Hütte muss sich verhütten. Aber wie? Ah, ich hab da eine Idee. Grimmsmärchen. Von dem Fischer und seiner Frau. Na nun, die See, ganz grün und gelb. Und gar nicht mehr so klar. Klar, was soll's. Also, was muss ich tun? Aha. Manche, manche Tümpette. Butsche, Butsche in der See. Ich will nicht in der Hütte wohnen. Ich will ein richtiges Häuschen. Geh nur hin. Du hast es schon. Arm. Arm. Um jemandem etwas reichen zu können, braucht es einen Arm. Arm. Arm.